Nachdenkseiten. Die kritische Website. Die Corona-Krise und der Rückfall der Lehre bzw. der Lehrer hinter die Aufklärung. Ein Artikel von Bernd Schöppe. Die mangelnde Bereitschaft, Ursachen, Verlauf und Folgen der Corona-Krise aufzuarbeiten, offenbart das beunruhigende, ja erschreckende Maß des Rückschritts bezüglich Rationalität und Wissen in unserer Zeit. Von diesem sind auch und gerade Wissenschaften und Pädagogik stark betroffen. Nötig wäre ein Wiedererinnern und Wiederanknüpfen an das Denken der Aufklärung, das zum Besten gehört, was die Moderne je hervorgebracht hat. Ein Plädoyer für eine pädagogische Aufarbeitung der Corona-Krise. Ein Zitat von Hannah Arendt. Niemand, dem du beibringst, zu denken, kann danach wieder so gehorchen wie zuvor. Nicht aus rebellischem Geist heraus, sondern wegen der Angewohnheit, im Zweifel alle Dinge zu prüfen. Und Voltaire, der von 1694 bis 1778 lebte, sagte, Elende Menschen, beruft euch nie auf eine Autorität, wo es nur um eine Frage der Vernunft geht. Es sei denn, ihr wollt auf Jahrhunderte hin, als die impertinentesten unter den Menschen gesehen und als die ungerechtesten in öffentlichem Hass gehalten werden. Ein Blick zurück Im Mai und Juni 2023 erschien, zunächst auf den Nachdenkseiten und später dem Blog Geld und mehr von Norbert Hering, mein Text mit dem Titel Die schwarze Corona-Pädagogik und das Versagen der Erzieher und Lehrer in der Panik-Pandemie. Er ist im Schrifttext an dieser Stelle verlinkt. Darin äußerte ich mich kritisch zu Autoritätshörigkeit, dem Konformismus und der Empathie und Verständnislosigkeit meines Berufsstandes während der Corona-Krise und forderte eine gründliche Aufarbeitung der Fehler und Irrtümer. In diesem Zusammenhang lautete mein Vorschlag, Ein Weg, die schlimme Spaltung der Gesellschaft zu überwinden, könnte sein, dass die Lehrerkollegien sich mit den Skeptikern und Kritikern der Maßnahmen an einen Tisch setzen und konstruktiv überlegen, welche Schritte zur Aufarbeitung gemeinsam unternommen werden können. Zu dem Vorschlag hob ich hervor, dass dieses Experiment, sofern es mit Umsicht und Mut betrieben würde, weit ausstrahlen und eine positive Wirkung auf die ganze Gesellschaft haben könnte. Leider ist dieser Vorschlag bis jetzt noch von keiner Schule aufgegriffen worden. Ende 2023 hatte es hingegen den Anschein, als wollten die Pädagogen sich tatsächlich in ihrer großen Lebenslüge bezüglich der skandalösen Corona-Politik in Anführungszeichen häuslich einrichten. Auch wenn ich bezweifle, dass ihnen das gelingen wird, bedeutet dies erstmal kein Innehalten in dem Hamsterrad der Lernfabriken, zu denen die Schulen im Land schon lange vor Corona geworden sind. Und keine Chance für die bei uns ohnehin traurig unterentwickelte Fehlerkultur. Vor allem gibt es keine Solidarität mit den zahlreichen, euphemistisch als Kollateralschäden bezeichneten und an den gesellschaftlichen Rand gedrückten Leiden. Soll es wirklich heißen, weggesperrt, geimpft, geschädigt, geleugnet? Soll es wirklich weiterhin keine Solidarität mit den Geschädigten und Leidtragenden der Corona-Maßnahmen geben, weil das Wahrnehmen dieser Leiden bedeuten würde, das eigene Tun, Meinen und Glauben während der Pandemiezeit nachträglich in Frage stellen zu müssen? Soll es wegen der Angst vor dem Mut zu Wissen wirklich dabei bleiben, physische und psychische Schäden der Betroffenen, zum Teil solche, die ihr ganzes weiteres Leben beeinträchtigen können, zu marginalisieren und zu verdrängen? Sicher scheint bloß, dass so kein Ende des Traumas der Corona-Krise in Sicht kommt. Einer Krise, in der die Gesellschaft in Geimpfte und Ungeimpfte, in solidarische Bürger und verantwortungslose Corona-Leugner gespalten wurde. Deswegen wurden Ehen und Familien, ungezählte Existenzen ökonomisch, psychisch und auch physisch zerstört. Seitdem geht ein tiefer und noch unüberbrückbarer Riss durch das Land. Solange der unselige Zustand der Spaltung anhält, solange erscheint die Aussicht auf Versöhnung als Chimäre. Das unterstreicht, wie wichtig es wäre, zu Dialog und Verständigung zurückzufinden. Nach früheren Einsprüchen und Warnungen, Anfang 2021 untersuchten mein Kollege Finn Jagow und ich in der sogenannten zweiten Welle nach erneuter Schließung aller Schulen die Auswirkungen der Maßnahmen auf unsere Schülerinnen und Schüler mit alarmierenden Befunden. So wie einem ersten eigenen kritischen Rückblick auf die Corona-Zeit im Juni 2022, sehe ich mich aufgrund der anhaltenden großen Ignoranz von Politik, Medien und bei den Pädagogen gezwungen, zum wiederholten Mal darauf hinzuweisen, dass Kinder und Jugendliche in der Covid-19-Krise durch Handlungen und Versäumnisse der Erzieher und Lehrer schwer geschädigt worden sind. Eine besonders unrühmliche Rolle spielte dabei die Lobbypolitik ihrer Verbände, die man nur als rücksichtslos und gruppenegoistisch bezeichnen kann. Wiederholte, drängende Fragen an die Lehrerschaft Weil Kolleginnen und Kollegen diese und andere besorgte Wortmeldungen bislang beharrlich und nahezu komplett ignoriert haben, obwohl sie doch ein Anlass zur Selbstreflexion hätten sein können, bleiben drängende Fragen weiter unbeantwortet. Wie kann es sein, dass Pädagogen angesichts der immer noch nicht in ihrem gesamten Ausmaß absehbaren Schäden, die mit Evidenzlosen, der Sache nach nicht gerechtfertigten Maßnahmen Kindern und Jugendlichen zugefügt worden sind, einfach wieder so zur Tagesordnung übergehen? Wie können Pädagogen weiter so tun, als sei nichts geschehen? Wie kann so getan werden, als hätte es Social Distancing, das Verbot fast aller Sozialkontakte, Maskenpflicht, Testregime in den Schulen, monatelanges digitales Homeschooling, Hilflosigkeit und Eingesperrtsein zu Hause bei Kindern und Jugendlichen nie gegeben oder sei nicht der Rede wert? Wie kann man den gesundheitlichen Folgen eines erst von Lehrern und Erziehern befürworteten Isolationszwanges, dann eines faktisch durch sie ausgeübten Impfzwanges so gefühllos unbeteiligt und gleichgültig begegnen? Bei all dem sind Entwicklungsstörungen, Lernrückstände und Bildungseinbußen noch gar nicht berücksichtigt, die ein noch dunkleres Bild der Corona-Maßnahmenpolitik und ihre Auswirkungen auf die junge Generation zeichnen. Sie fallen zum Teil so erheblich aus, dass sie gar nicht mehr ausreichend kompensiert werden können. Wie, wenn nicht aus blindem Vertrauen und autoritätsgläubiger Gefolgschaft, bei der man den Gebrauch der eigenen Vernunft unterließ, konnten Pädagogen überhaupt so vehement dafür eintreten, dass sich ihre Schutzbefohlenen aufgrund einer Krankheit, die für sie zu keinem Zeitpunkt eine besondere Gefahr darstellte, einer höchst fragwürdigen, in Anführungszeichen, Impftherapie unterziehen sollten? Erinnern wir uns, keiner trommelte lauter für diese sogenannte Impfung und keine Berufsgruppe forderte ständig mehr Vorzugsbehandlungen für sich als die Lehrer. Das in Anführungszeichen Angebot an die jungen Menschen, sich in Anführungszeichen impfen zu lassen, verwandelte sich im konkreten Fall ganz schnell durch den sozialen Druck, der in den Schulen herrschte, zu Aufrufen, Aufforderungen, ja, zur moralischen Pflicht dies zu tun. Erinnern Sie sich an den Spruch solidarisch sein. Hinzu kam noch der Gruppenzwang in den Klassen und Lerngruppen. All das hielt die Mehrheit der Pädagogen offensichtlich nicht nur für unproblematisch, sondern dieser Personenkreis erhöhte sogar den psychischen Druck im Verlauf der Krise auf die Schüler noch mehr. Spricht nicht rückblickend bedauerlicherweise vieles dafür, dass es vorauseilender Gehorsam war, der dazu führte, dass bei den behördlichen Anordnungen Pädagogen Fragen nach dem Kindswohl erst gar nicht stellten, meist ohne jedes Zögern kindswohl gefährdende Maßnahmen umsetzten und nicht selten sogar noch strengere Maßnahmen forderten. Damit griff ein Umgang Schülerinnen und Schülern gegenüber Platz, die ihre Rechte völlig missachtete und sie teilweise entwürdigte, ohne dass auch nur ansatzweise Zweifel und Bedenken gegenüber dieser Art von schwarzer Pädagogik laut wurden oder in den Kollegien gar darüber diskutiert worden wäre. Und das, obwohl alle Lehrer wissenschaftlich sozialisiert und ausgebildet sind und kein Merkmal die wissenschaftliche Sozialisierung und Einstellung besser kennzeichnen dürfte als der methodische Zweifel. Es war schockierend mit anzusehen, wie stattdessen die Wirkung sich verselbstständigender Ängste durch die geschürte Pandemie-Panik immer weitere Kreise zog. Als man vom ersten Lockdown wieder besseren Wissen und Könnens in den zweiten lief und immer größere Schäden damit anrichtete. Neuere Erkenntnisse zu den gesundheitlichen Belastungen der Kinder und Jugendlichen durch die Covid-Schutzmaßnahmen Eine Studie des Bundesinstitutes für Bevölkerungsforschung kam Anfang 2023 auf Grundlage einer breiten, im europäischen Maßstab ländervergleichend angelegten Datenauswertung, gesichert zu dem Schluss, dass coronabedingte Schließungen mit einer Steigerung von Depressionssymptomen bei Kindern und Jugendlichen im Zusammenhang stehen. Eine wichtige Erkenntnis der Studie lautet, Je strikter die Eindämmungsmaßnahmen wie Schulschließungen waren, umso größer die Zunahme von generellen Depressionssymptomen. Bei Depressionen gibt die Studie gegenüber der Vor-Corona-Zeit eine Steigerung um 75 Prozent an. Zugleich betonen die Autoren, dass diese Angabe nur die Spitze des Eisberges abbilde, da ausschließlich die in Behandlung befindlichen Kinder und Jugendlichen statistisch erfasst würden. Im ambulanten System müssten Kinder und Jugendliche aber im Durchschnitt heute sechs Monate auf einen Therapieplatz warten. Die Ergebnisse aus dem fünften Durchgang der COPSI-Längsschnittstudie des Universitätskrankenhauses Hamburg-Eppendorf in Zusammenarbeit mit der Universität Konstanz zeigen, dass die psychischen Belastungen der Kinder und Jugendlichen weiterhin signifikant höher als vor Corona sind. Jeder dritte befragte Jugendliche im Alter bis 17 Jahre weist demnach schwere psychische Krankheits- bzw. Belastungssymptome auf. Des Weiteren fanden, Zitat, Die Wissenschaftler heraus, dass es Jugendlichen zwischen 11 und 17 Jahren während der ersten Pandemiewelle im Durchschnitt wesentlich schlechter ging. Diese Verschlechterung des Wohlbefindens ist auf die Schulschließungen zurückzuführen. Ganz besonders sind die 11- bis 14-Jährigen davon betroffen. Jungen kamen mit Schulschließungen schlechter zurecht als Mädchen. In Haushalten mit begrenztem Wohnraum litten die Jugendlichen grundsätzlich am meisten unter der Belastung durch Schulschließungen. Die Familien wurden weitgehend mit der beispiellosen Situation zu Hause alleingelassen, einschließlich der Mehrfachbelastung, Arbeit, Schule und Familienleben unter einen Hut zu bringen. Macht Prof. Dr. Christina Felfe, Fachbereich Wirtschaftswissenschaften der Universitätskonstanz, deutlich. Zitat Ende Verantwortungslos geschürte Ängste führten dazu, dass die Lehrer in ihren Schülern primär tatsächlich nur noch Gefährder der eigenen Gesundheit, ja des eigenen Lebens erblickten. Zum anderen war es das Angstregime, dem die Lehrer unkritisch und in vielen Fällen wohl auch uninformiert zu folgen bereit waren. Der Grund dafür, dass die Lehrerschaft sich nicht nur bei den Schulschließungen, völlig einseitig auf ihr vermeintliches Eigeninteresse fixierte. Dieses wurde durchgängig von Anfang bis Ende des Covid-Ausnahmezustandes über die Interessen und das Wohl der Kinder gestellt. Und ausbleibende Schlussfolgerungen. Nachdem sich herausgestellt hat, dass die Maßnahmen, die die Kinder und Jugendlichen schützen sollen, Schaden anrichten, während der Schul-Lockdowns verdreifachte sich in der Altersgruppe der 12- bis 18-Jährigen die Anzahl derer, die einen Suizidversuch verübten. Sollte man erwarten, dass im Nachgang geprüft werde, wie solch eine Verkehrung zum Schlechten möglich war, davon aber ist weit und breit nichts zu vernehmen. So der Schulpsychologe Jürgen Mietz. Mietz leitet seine Forderungen zur Aufarbeitung daraus ab und fragt in dem Zusammenhang auch nach dem professionellen Selbstverständnis der Verantwortlichen, bei denen während der Corona-Zeit wohl einiges ins Rutschen kam. Zitat Berufsverbände und Gewerkschaften, die auf ihre Integrität pochen und eine Position der Fürsorge und Anwaltlichkeit für ihre Klientel in Anspruch nehmen, sollen hier aktiv werden. In Zeiten eingeschränkter Meinungsfreiheit und Einschüchterung kein leichtes Unterfangen. Aber sind solche Organisationen nicht dazu da, einen Raum der Debatte, der Überwindung von Vereinzelung und Kritik zu erhalten? Und er fragt weiter, wo sind Berufsorganisationen und Gewerkschaften aufgestanden und haben sich für die Meinungs- und Wissenschaftsfreiheit stark gemacht? Eine längere Version des Textes ist im Schrifttext an dieser Stelle verlinkt. Der Text stellt eine gekürzte und inhaltlich leicht veränderte Fassung des Einleitungskapitels eines Essays dar, der zum Thema der Krise der Vernunft in Gesellschaft, Wissenschaft und Pädagogik und der Rolle, die die Corona-Krise dabei spielt, in Kürze erscheinen wird. Über den Autor Bernd Schöppe, geboren 1965, ist freier Autor, langjähriges aktives GEW-Betriebsgruppenmitglied, ehemaliger Vertrauensmann und Mitglied der Hamburger Lehrerkammer. Hauptberuflich arbeitet er als Deutsch-, Politik- und Philosophie-Lehrer an einer Stadtteilschule und ist seit 2003 im Hamburger Schuldienst. Quellenangaben und weiterführende Verlinkungen finden Sie auf www.nachdenkseiten.de oder im Beschreibungstext unter dem YouTube-Podcast. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte. Wir freuen uns über Ihre Aufmerksamkeit und die Aufmerksamkeit und die Aufmerksamkeit und die Aufmerksamkeit und die Aufmerksamkeit.